Wie ist denn die Kamera? Das Mikrofon ist an. Oh, wie schnell. Liebe Leute, herzlich willkommen zum Make-up-Tutorial von Access Ecos. Ich bin Robby und das ist... Hanna! Hi! Oh Gott! Die Haare habe ich mich schon schön gemacht und jetzt wird Hanna aus dieser hässlichen Visage nochmal ein reines Mollgesichts augern. Ja, vorweg, wir haben schon ein bisschen Gin getrunken. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, aber das braucht jedes perfekte Bühnen-Make-up auf jeden Fall, damit die Linien auch genau das werden, was sie sein sollen. Oh, Mann, schief! Die Konturen des Gesichts haben wir. Ist ja egal. Es wird auf jeden Fall grandios. Guckt zu und lernt dabei. Ja, mal dupfen, 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 dupfen. Ich weiß gar nicht, wofür ist denn das, Hanna? Wofür? Damit die Haut schön elastisch bleibt, das Make-up gut einziehen kann. Die Haut muss gut vorbereitet sein, damit es nicht bröselig aussieht. Wir sind ja keine römischen Götterfiguren, ne? Also schon manchmal. Das hatten wir ja schon in eurem letzten Dreh. Es geht hierbei um das Access Ecos The Prologue EP. Shooting. Ich war dabei. Vier Jungs in Gips geholt. Letzten Endes war es eine Katastrophe, die Scheiße wieder sauber zu kriegen. Aber es sah geil aus. Nächster Schritt. Macht nichts. Kleine Fehler passieren immer. Nächster Schritt ist ein passendes Make-up. Fluid. Fluid. Checken kann man das gut, wenn man das hier an der Chem-Partie testet. Ob es irgendwelche Flecken, Ränder oder sonstiges bildet. Das ist sehr gut. Und dann immer schön von außen nach innen arbeiten. Was hast du dir denn heute schönes für mich ausgedacht? Na, wir betonen ja deine Augen. Hauptsächlich die Augen. Genau. Weil du so ein verwegener Typ bist. Ganz verwegener Typ. Und dafür trage ich dir erstmal etwas schwarze Fettcreme auf. Und der Halt ist Arbeit. Halte. Denkli. Guck mal nach oben. Augen auf. Oh Gott, das war jetzt in der Zeit heulich immer. Ich setze die Finger jetzt an. Weil es richtig schöner schmatterkrank wird. Ab und zu ganz ruhig machen. Und sie ist richtig schön rund. Geil. Fertig. Hat er was, ne? Innerhalb von Sekunden hält es abgedeckt. Es ist schwarz. Es ist effektvoll. Und wenn ihr das noch fixiert, dann hält es auch die längste Party-Nacht durch. Krass. Tada. Bis auf den Fleck auf der Nase ist es aber ganz geil. Ich sehe es leider nicht. Fertig. Bis zum nächsten Mal.